Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von YouTuber Sucht. YouTuber Max und Maggie führen eure Kanäle zusammen. Wenn ihr wissen wollt, wie man vier Kanäle zu einem Projekt zusammenführt, dann bleibt dran. Heute gibt's ein kleines Special. Genau. Wir wollen euch nämlich unser großes Projekt mit den vier Gamern, die sich zusammengefunden haben. Wollen wir euch nämlich vorstellen und haben mit denen ihr skypt und so ein kleines Interview gemacht. Sofern es mit denen möglich war, weil die machen ba 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 ba. Also wir haben alle schön durcheinander geredet. Wer dieses Format noch nicht kennt, ihr findet das erste Video, wo wir das alles erklären, oben in der Infokarte. Genau. Kanäle findet ihr alle unten in der Infobox. Bewerbt uns, äh, bewerbt uns, bewerbt euch gerne weiterhin bei uns. Wir wollen weiterhin Projekte zusammenbringen. Unser nächster Termin am 5.11. steht schon. Also wir kommen wieder. Und, ja, jetzt schauen wir mal rin in die Gang, weil die uns sozusagen haben, wie die das alles empfunden haben. Genau. So, das ist jetzt unsere große Gruppe, die wir alle zusammen vereinen konnten. Wir haben zwar am einen Nero, dann haben wir... Hi, Servus. Hallo. Steffen. Moin. Dann haben wir Storten1997. Konnichiwa, Amina. Und Hillentime. Peace. Peace. Space, Space, Dots. Oh, ja. Und wir. Aber, äh, ja, wir hören ja eigentlich nicht dazu, ne? Und was ist Maggie? Ich liebe meine Stimme fast. Dann Nero. Nero, fang doch mal an zu erzählen, wie du als Erster, ne? Du warst ja der Erste, der da war. Ja. Wie du dort gekommen bist, da so mitzumachen an unserem Experiment. Oh, weißt du, wie lange das schon her ist? Ja. Äh, keine Ahnung. Ich war irgendwo auf Facebook, diese, so, Werbegruppe mal, ähm, schauen. Und da sag ich, ah, cool. Ähm, irgendein Thumbmail hat mich damals eingelassen. Sag ich, ja, gut, schau's da einfach mal an. Und durch Zufall bin ich dann auf das Format, äh, YouTuber zu einem YouTuber gestoßen. Ich hoffe, ihr redet jetzt nicht so schnell. Und, ähm. Fast nur Double Time. Ja, da dachte ich einfach mal, ich schreib's an. Und, ja, frag einfach mal nach, hey, wie schaut's aus? Ich bin Gamer, hab's ja auch noch andere Gamer am Start. Äh, und, ja. Und damit hat sich eigentlich so, ja, entwickelt. Genau. Als nächstes kam Foxload dazu. Ja, genau. Du hast uns dann auch geschrieben, dass du gerne Minecraft machen würdest. So, und wie war das? Ja, ja. Achso, ja, ähm. Ja, das war eigentlich so das Projekt, wo ich mir gedacht hab, naja, da kannst du ja nicht so ganz alleine rumbauen. Also kannst du schon, aber es wär ja ein bisschen langweilig. Und, äh, da hat mich dann auch der Nero gleich kontaktiert. Und das passte sofort. Also, das war irgendwie... Gut, ich brauchte ein bisschen Anlaufzeit. Nero ist wieder weg, se ich gerade. Freilich. Ähm, aber das war ansonsten, das hat einfach wie Arsch auf einmal gepasst. Man hat sich gut verstanden. Und das ist ja bis jetzt auch noch so. Ja, und zu zweit haben wir gedacht, das wär auch noch ein bisschen wenig. Und dann haben wir weitergesucht. Und natürlich bei euch. Wir hatten euch dann nämlich vorgestellt, erst mal zu zweit. Und dann kam aber gleichzeitig die Info, ihr sucht nochmal zwei. Genau. Ja, und wir haben gedacht... Wir waren vier. Wir haben gedacht, mit euch Gamern ist es ja immer nicht so einfach, ne? Also, da will der eben dick und der andere dick. Und, äh, ja, genau. Der ist zu ernst oder der ist zu laut. Genau. Wenn man da nicht gerade so ein bisschen flexibel ist, dann ist es schwer, sei ich jetzt mal an... Vollgültig. Wenn du konkrete OHA möchtest. Genau. Ja, das stimmt. Als nächstes hat uns dann Scorpion 1997 angeschrieben. Und du bist da wie, Trophicom? Ja, ich hab gedacht, ich brauch mal für meine Let's Plays Leute, mit denen ich attraktiver aufnehmen kann. Weil ich hab halt immer wieder Leute dabei, aber bei denen ist es immer so eine Sache. Ja, ich kann heute, ich kann morgen. Und dann dachte ich mir halt, es ist cooler, wenn ich mal ein kleineres Team hab, bei dem ich mir sicher bin, es hat irgendwer immer Zeit. Was halt auch der Fall ist. Und, äh, dann habt ihr ja mir Nero und Amy vorgeschlagen. Und anfangs dachte ich eigentlich, dass das zwei getrennte Leute sind. Deswegen hab ich mit beiden geschrieben. Und dann hat mir halt Nero gesagt gehabt, oder Amy, ich weiß nicht mehr genau, dass sie halt ein Team sind. Und dann hab ich gesagt, ja gut, dann ist das eh kein Problem mehr. Ja, er sagte erst so, ja, ich hab noch jemand anders, ich weiß noch nicht genau. Das hat er mir auch gesagt, das hat er mir damals auch gesagt. Der lässt euch voll auf der Stange sitzen, ey. Ja, der alte Playboy. Du musst ja gucken. Ich hab da einen an der Eingel, mit dem ich schreibe da gerade, ja, ja, genau so, ne. Wir wussten am Anfang gar nicht, dass es genau dieselbe Person ist. Wir wussten alle drei voneinander irgendwie nicht, schlussendlich. Schön. Eine schöne Dreiecksbeziehung, ne? So, und mein Letztes kam mir dann Killing Time dazu, über Betterlife-Production. Kann es sein, dass du... Ja, ganz genau. Also, René und ich sind, äh, also der Betterlife-Production und ich, wir sind halt sehr gute Freunde schon seit, äh, fast zwei Jahren. Und, ähm, ich hab ein Video von ihm gesehen, da wart ihr dabei. Und dann dachte ich mir, komm, ich guck mir mal die ganzen Leute an, die da mitgemacht haben, aus, äh, einfach so aus Interesse. Hab ich halt gesehen, ihr macht so was, YouTuber sucht YouTuber. Ich hab gedacht, okay, guck ich mir mal an, vielleicht ist da ja was dabei, was mir gefällt. Und, äh, ja, dann hab ich halt gesehen, dass ihr da, äh, für Nero oder Foxload geworben habt. Und dann habt ihr halt gesagt, so, ey, die suchen noch Leute. Und da dachte ich mir, komm, ich schreib einfach an, du hast ja eh nichts zu verlieren, Junge. Also, mach mal dein Ding da, ne. Halt mich da auch angeschrieben, die, äh, die netten Dudes. Und, ähm, ja. Dann, äh, hat das auch irgendwie gepasst, so, glaub ich. Und ihr woher geht mein Plan. Ja, wir hatten dann sofort, äh, Nero kontaktiert, weil Nero immer gesagt hat, ihr braucht die Gamer ja nicht angucken, schickt mir einfach die Kanäle, ne, und wir suchen uns dann aus, ne. Und haben, äh, haben dich rübergeschickt und da kam sofort, ja, kannst sagen, ist alles klar, wir wollen ihn haben, ne, und dann irgendet, äh, ja, von jetzt auf gleich. Relativ fließend, ja. Ach, Nero fand's so einfach hot. Wollt ich grad sagen. In Wirklichkeit, äh, in Wirklichkeit fand mich Nero einfach nur heiß, das ist die wahre Geschichte. Nein. Nein, das, das, echte, das hatten wir ja schon mal in dem Video. Nero und ich haben's geklärt. Das ist nur ne Zweckgemeinschaft, dass das mal klargestellt ist. Ja, nur ne Zweckgemeinschaft. Was macht ihr denn alles zusammen? Äh, wir haben jetzt ja Minecraft zusammen gemacht. Dann haben wir jetzt ja TTT. Ist ja dieses, ne, wer ist es, sozusagen. Das aber flach liegt. Ja, das ist, im Moment liegt's flach, aber Dead by Daylight haben wir ja ne Menge gebracht, das kam ja ganz gut an. Mensch, was haben wir noch gemacht, Leute? GTA. Mario Party. GTA, stimmt, Mario Party, GTA. Mario Party. Noch was bisher? Nein, ich war nicht, oder? Äh, ich weiß nicht, wann wir die bald aufgenommen haben, weil ich einfach... Wir haben viele aufgenommen, ich nehm eigentlich fast immer auf. Ja. Ist so, und äh, Flo und ich haben schon LOL gespielt. Davon gibt's noch leider keine Aufnahmen, weil die erste irgendwie nicht gut war. Ja, das hat ein bisschen... Stimmt, und Don't Starve habt ihr gemacht. Nee, Don't Starve haben wir nicht gemacht. Genau, Don't Starve hatte ich mit Nero ein Projekt. Nero und So haben irgendwie... Total War, wir haben Total War laufen. Warhammer, Warhammer. Warhammer, ja. Nero und ich, genau. Nero und ich haben Warhammer am Laufen. Stimmt, Warhammer, aber. Ja, haben wir beide. Genau, und äh, bei Nero und mir läuft zur Zeit die erste Staffel von Stickfight. Ja, und... Ah, spielt ihr schon Stickfight, Leute? Ja, die sind... Nero hat schon zwei Folgen, ich hab eine. Oder magst du Bauer? Achso. Äh, äh, Scorpio hat mich ja die ganze Zeit gesagt, so, ey, hol dir das. Ich war jetzt, äh, gestern zu weit und hab mir gedacht, okay, komm, ich hol mir das, aber dann war ich doch irgendwie nicht bereit dafür. Aber ich will es mir auf jeden Fall jetzt in die Woche holen und, äh, ja, dann können wir das zusammen spielen, weil das sieht ja schon lustig aus. Ja, man merkt ja, ne, dass ihr, äh, auch untereinander euch nochmal in Einzelkonstellationen dann zusammenfindet, ne, und, äh, ich glaube, die Zuschauer kriegen auch mit, dass ihr eigentlich eine Menge Spaß habt, dass ihr euch schon richtig gut kennt zusammen, ne, also ihr könnt ja schon rumblödeln, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, das ist ja auch nicht immer einfach. Man muss ja mal gucken, welcher Humor kommt an, bei wem, aber da passt ihr ja ganz gut zusammen. Ja, aber auch nicht schwer, auf jeden Fall. Wollte ich grad sagen, also für Anspruch haben wir alle hier nicht. So, zum ersten Mal sind wir durch, wir werden euch natürlich weiterhin im Auge behalten, ne, also dann auch wieder im November mehr, ihr wisst warum, ne, also da sind wir dann zeitlich wieder besser dran, ne. Und, ähm, ja, wir hoffen, dass ihr weiterhin so cool zusammenleibt, äh, eure Sachen sind auch immer ziemlich cool, ich sag nur, bei Amy ist der Pimmel, äh, in Minecraft. Den haben sie abgebaut, den haben sie einfach abgebaut. Ach, da musst du neun suchen, such einen neuen Pimmel. Ich baue neun. Ja, toll. Alles klar. Und geht bei jedem Einzelnen auf die Kanäle, die, äh, sind wirklich alle ziemlich cool, witzig, guckt, äh, die Sachen an, die sie zusammen machen, ne, äh, da kommen Sachen raus, aus dem Club kein Mensch, ne, und, ja, und wir danken euch herzlich, dass ihr alle mitgemacht habt bei dem Format, ne, ohne euch hätten wir ja nichts bringen können, und für dieses Interview ist natürlich auch ziemlich cool, wenn man dann wirklich mal die ganze Truppe sieht, damit die Leute uns globen, dass ihr zusammen macht, ne. Ey, die, die sagen das nur. Die Zweckgemeinschaft. Die Zweckgemeinschaft. Ja, aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit sind wir eigentlich alles nur irgendwelche Kameraperspektiven wie von irgendwelchen anderen YouTubern und Max und Maggie synchronisieren die einfach. Das ist einfach so. Das ist klar. Wir haben nur eine Maske auf und die wechseln wir immer ständig und schneiden sie zusammen. Insgeheim bin ich German Let's Play. Wir wollen uns dann für diese Folge verabschieden, ne. Nächstes Mal werden wieder Pärchen präsentiert. Danke an euch alle. Links unten alle in der Infobox, wie immer, ne. Genau. Und, äh, ja, wünschen dann allen noch einen schönen Sonntagabend und bis dahin. Danke. Ciao. 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 Ja, wie ihr gesehen habt, können wir nicht nur zwei Kanäle zusammenführen, sondern auch viere. Und das funktioniert ja auch. Ja, und, äh, ne, ihr seht, dass aus jedem Einzelnen zusammen ein sehr geiles Projekt entstanden ist. Nicht, dass die Kanäle schon sehr geil einzeln sind, ne. Man muss sicherlich, ähm, sag ich jetzt mal ein bisschen, äh, Rücksicht nehmen und ein bisschen, äh, Absprachen und so, ne. Ja, aber... Ja, man darf nicht zu verbissen sein, aber es funktioniert. Ja, und die machen ja auch untereinander wat miteinander, ne. Wat, äh, ne, da waren Sachen von romantisch und so. Das ist denen überlassen. Da mischen wir uns nicht ein. Jeder, wie er möchte. Ja, und, ähm, wie ihr sagt, wenn ihr auch Bock habt, an diesem Projekt mitzumachen, ne, YouTuber zu finden, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt und so weiter, schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns an. Genau. Ob Twitter, Facebook, Instagram oder hier bei YouTube, äh, ne, Privatnachrichten und in den Kommentaren einfach schreiben. Schreibt uns voll. Voll, voll. Ja, und, äh, teilt gerne dieses Video, damit viele das sehen, damit wir noch viele, 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 viele Projekte zusammenbringen können. Genau. Ne, und, äh, dann ein paar abschieben bei uns hiermit, ne. Und den uns am Fallen, warte doch mal. Ja. Wem es hier Fallen hat, der darf gerne ein Däunchen nach oben nehmen. Und ein Abo ist auch immer ganz lieb. Ne, genau. Ne, und Kommentare. Ganz viele Kommentare. Ja, schreien, schreien, schreien. Und, äh, ja, wir sehen uns am 5.11. wieder. Wir wiederholen uns heute jetzt noch. Da weiß ich ja. Am 5.11. sehen wir uns wieder, äh, mit YouTuber sucht YouTuber. Wir sehen uns ja auch zwischendurch noch, ne. Genau. Und, äh, sagen bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.